Ein Plakat, auf dem viele Inhalte einfach wahllos zusammengestellt sind, verwirrt die Betrachter nur. Ein gutes Plakat dagegen ist sehr klar im Aufbau und hilft deshalb den betrachtenden Personen, ein auch komplexes Thema besser zu verstehen. Die Gestaltung ist also enorm wichtig und es braucht viel Vorüberlegungen, bevor du dich an die Gestaltung machst. In dieser Lektion wirst du zunächst über zwei Vorübungen ans Thema herangeführt. Zunächst geht es um die Struktur eines Plakats. Im Video erkläre ich dir das Vorgehen. Hier hast du dann verschiedene Beispiele für mögliche Strukturen. In der darauffolgenden Vorübung geht es um die Ausgestaltung eines Plakats, also um das Schattieren und Farbige hervorheben. Und dann mit diesen Beispielen bist du gerüstet für ein erstes eigenes Werk. Zunächst werden dir im Video nochmals ein paar gestalterische Tipps mitgegeben, auch Tipps für das Vorgehen. Und anschließend hast du hier auf diesen Karten verschiedene Vorschläge, falls du nicht sowieso einen Auftrag einer Lehrperson hast oder eine eigene Idee für ein Plakat. Und damit wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spass bei der Gestaltung deiner eigenen Plakate.